Hallo und willkommen zu einem neuen Video zum Thema AI Art und diesmal haben wir wieder ein Stable Diffusion Interface und das Ganze nennt sich InVogue. Es gibt schon eine ganze Weile, wird aber immer noch weiter geupdatet. Ich glaube vor zwei, drei Wochen kam die größere Version neu raus mit neuen Features. Ich habe das Ganze mir mal angeschaut, denn es ist ein bisschen speziell, man braucht es nicht unbedingt. Es hat aber eine ganz bestimmte Funktion und zwar ein Canvas, also eine Leinwand, auf der man ja arbeiten kann, wo man Bilder erweitern kann, Outpainting betreiben kann. Auch dafür gibt es ja zum Beispiel für Automatik 11.11 die Erweiterung Outpainting, das haben wir uns ja schon mal angeschaut. Und so ist das ungefähr zu verstehen und man kann aber auch noch viele andere coole Sachen machen, wie zum Beispiel man kann direkt in das Bild reinmalen, nochmal neu drüber generieren mit verschiedenen Einstellungen und kann dann zum Beispiel verschiedene Farben noch ein bisschen ändern oder Gliedmaßen ändern, Formen ändern etc. Ist sehr für, ich sag mal, für Designer so ein bisschen eigentlich gedacht, dass man da vor allem nicht unbedingt fotorealistische Sachen macht, aber vor allem auch so, ich sag mal, Paintings, digitale Art. Wenn ihr genau an so ein Thema dann eben interessiert seid, dann könnte es was Cooles für euch sein. Ansonsten ist die Installation relativ einfach. Wir brauchen aber trotzdem Python, aber keine Angst. Ich führe euch gleich Step by Step einmal durch. Ist so ein bisschen vergleichbar mit der Automatik 11.11 Installation, denn an sich ist es auch nichts anderes. Es ist Stable Diffusion, falls nur ein anderes Interface. Wenn ihr noch neu bei dem Thema Stable Diffusion seid, dann würde auch das andere Video euch vielleicht noch interessieren, was ich zuletzt gemacht hatte. Da habe ich nämlich verschiedene Interfaces mal gezeigt, darunter auch kurz in Vogue. Deswegen mache ich auch dieses Video. Solltet ihr immer noch nicht ganz sicher sein, was ist vielleicht das richtige Interface für euch, dann schaut euch doch mal das Video an. Ich habe es auch unter der Videobeschreibung einmal verlinkt. Vielleicht hilft es euch, um euch ein bisschen zu orientieren, was ihr eigentlich machen wollt. Dann starten wir mit der Installation. Die ist eigentlich relativ einfach, ähnlich wie bei Automatik 11.11. Wir brauchen auch gleich Python. Solltet ihr natürlich schon Python haben, könnt ihr ja den Schritt mit Python installieren, natürlich überspringen. Und generell, wenn euch die Installation nicht interessiert, das ganze Video ist auch wieder mit Timestamps drunter gesetzt sozusagen. Das heißt, ihr könnt unten einfach auf der Leiste dann das überspringen, wenn euch das nicht so interessiert. Ansonsten jetzt gut aufpassen, denn auch natürlich alle Links sind unter der Videobeschreibung, wenn ihr was sucht. Fangen wir an mit dem GitHub von Invoke. Denn da findet ihr dann auch Neuheiten, wenn irgendwas weiterentwickelt wird, weil er oder die Entwickler davon, die updaten das noch relativ häufig. Und sie haben auch eine kostenpflichtige Seite, wo die auch diesen Service eben anbieten. Aber dieses Tool hier auf GitHub, das ist natürlich komplett Open Source und bieten sie auch frei an. Das heißt, ihr habt keine zusätzlichen Kosten irgendwie. Das ist komplett gratis für euch. Hier finden wir unten eine Quickstart Anleitung. Da könnt ihr alles nochmal auf Englisch nachlesen, falls hier irgendwie noch was fehlt oder sich noch verändern sollte. Unter anderem findet ihr auch eine Dokumentation dazu. Da habt ihr so eine Art Übersicht. Und hier schon mal ganz wichtig, das muss ich auch noch vorweg sagen, wir brauchen natürlich entsprechende Hardware. Wir brauchen sozusagen einen Gaming-PC und eine Nvidia-Karte sollte man eigentlich haben. Wer eine andere Grafikkarte hat, könnte Probleme vielleicht bekommen, dass es eben nicht so gut funktioniert oder gar nicht funktioniert. Man kann es wohl auch über die CPU laufen lassen, was dann aber deutlich langsamer ist und auch nicht für die Stable Fusion XL-Modelle wohl geeignet ist. Weitere Sachen findet ihr hier. Und hier steht dann eben auch schon mal geschrieben, dass wir dann neben Python auch noch ein paar andere Dinge brauchen. Also die Grafiktreiber sollen natürlich aktuell sein. Ich sage das nochmal eben, damit nicht so viele Probleme vielleicht gemeldet werden, weil ihr das nicht beachtet habt. Was wir unter anderem dann eben brauchen, wie schon gesagt, ist Python. Verlinke ich euch unter die Videobeschreibung. Wir können in dem Fall die Version 3.11.9 nutzen. Bitte nicht höher, weil so eine 12. Version, die wird wohl nicht supported und auch nicht unter 3.10 gehen. Also ihr könnt, wenn ihr 3.10 drauf habt, punkten ihr das auf. Wunderbar. Warum ich die Version nehme, die sollte man auch mittlerweile für Automatic 11.11 und andere Interfaces nutzen können. Die wird nämlich länger noch supported und vielleicht ist sie noch ein bisschen neuer, dass wir da ein paar Vorteile haben. Was laden wir hier runter? Wenn ich mal hier weiter runter scrolle, wie gesagt, Link in der Videobeschreibung. Da haben wir ja verschiedene Installationsdateien. Wir nehmen die, die auch hier als Recomment bezeichnet wird und zwar den Windows Installer. In dem Fall 64-Bit, wenn ihr ein 64-Bit-System habt. Das sollte eigentlich das gängige sein. Und wenn ihr das runtergeladen habt, dann könnt ihr das ausführen. Ich habe das jetzt hier oben. Das machen wir auch direkt mal. So, dann wird halt gefragt, wo ihr es installieren wollt. Könnt ihr natürlich auch woanders hinpacken, wenn ihr wollt. Und ganz wichtig, und das ist nämlich hier bei mir zum Beispiel gerade nicht standardgemäß ausgewählt. Ich habe übrigens alles deinstalliert, damit ich mal wirklich euch das frisch zeigen kann. Also auch ich muss es jetzt hier richtig machen, sonst funktioniert es nicht. Das ist ganz wichtig. Add Python Exit Path. Ich sage es hier nochmal zwei und dreimal, weil das ist wirklich die häufigste Frage, die bei mir kommt. Manchmal auch per PM. Obwohl ich das immer wieder gesagt habe. Da muss der Haken rein. Das ist absolut wichtig. Was macht es? Dann wird halt Python Exit eingetragen, wo die sich befindet, damit die Windows-Eingabe-Aufforderungen, die wir dann später nutzen werden, diese starten kann und diese findet. Ansonsten funktioniert das nicht. Das ist ein ganz wichtiger Fehler, nämlich die Anwendung sagt hinter Python ist nicht installiert. Deswegen, der Haken, der muss hier drin sein. So, und dann können wir eigentlich install now machen. Was anderes müssen wir eigentlich nicht mehr anklicken. So, und dann werde ich ja gefragt wegen Admin und so weiter. Ich hoffe, das ist auf der Aufnahme drauf. Ansonsten dann einfach installieren lassen und das war es auch schon. Also mit Python müsst ihr sonst gar nicht euch mehr rumärgern. Ihr braucht keine Programmierkenntnisse oder so. Weil viele haben immer super Angst, Python zu installieren und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist nur dieser Haken. Wenn der Haken nicht gesetzt wird, dann funktioniert das nicht. Rest machen die Programme selbst hinterher. Also es wird jetzt nur einfach installiert, dass sich das Programm hinterher darauf zugreifen kann und sich seine eigene Umgebung, also sein eigenes Environment sozusagen kreieren kann. Das war es auch schon. Das Setup war erfolgreich. Können wir jetzt hier beenden. Fertig. Python ist installiert. Wunderbar. Ein Thema weniger. Was wir noch brauchen, das habe ich auch unter der Videobeschreibung gepackt. Microsoft Visual C++. Das findet ihr, habt ihr vielleicht schon drauf wegen anderen Anwendungen. Da findet ihr auch für euer Betriebssystem entsprechend hier eine Exit zum Ausführen. Einfach ganz normal installieren. Muss ich jetzt nicht extra zeigen. Ich glaube, danach den PC einmal neu starten. Wird dann hervorgegeben, dann habt ihr das auch vom Tisch. Wenn ihr dann, wie empfohlen, eine Nvidia Grafikkarte habt, dann solltet ihr noch das CUDA Toolkit von Nvidia runterladen und natürlich die Treiber aktuell halten. Denn Nvidia macht sehr viel für Stable Diffusion, also auch was Optimierungen angeht. Und wie gesagt, das Toolkit einfach hier runterladen und komplett installieren. Rechner dann nochmal neu starten am besten. Und dann habt ihr das auch, wenn das nicht schon bei euch vorhanden ist. So, habt ihr diese ganzen Vorbereitungen getroffen, die wirklich nur ganz einfach das Installieren ist. Das braucht ihr auch dafür. Kompliziert ist es nicht. Und dann könnt ihr natürlich euch das Paket von GitHub einmal ziehen. Findet ihr unter Releases, findet ihr die aktuellste Version. In meinem Fall ist es die 4.2.4. Vielleicht ist sie bei euch natürlich neuer. Die ist gerade mal zwei Tage alt. Mal ein bisschen runterscrollen. Dann findet ihr hier einen Installer. Und den könnt ihr euch dann einmal runterladen. Und dann hinterher habt ihr so eine gepackte Datei. Ich habe sie schon vorbereitet. Ihr habt die heruntergeladene Datei mal hier separat schon mal hier reingezogen. Das ist jetzt meine bevorzugte Ordner oder Unterordner. Ganz wichtig ist, wenn ihr mit Python arbeitet, ihr müsst Leerzeichen in den ganzen Pfad hier oben vermeiden. So wie Sonderzeichen, also keine Es, keine Üs. Und auch so ein Leerzeichen könnt ihr zum Beispiel mit einem Unterstrich machen. Das funktioniert dann zum Beispiel. Ganz wichtig ist nämlich auch sonst ein Problem, dass der Pfad eventuell nicht gelesen werden kann. Und hier haben wir jetzt diesen Installer, den ihr runtergeladen habt. Und den können wir hier einmal entpacken. So, ich habe es einfach jetzt mal hier mit dem Rechtsklick gemacht. Und da haben wir hier den Installer einmal entpackt. In einem weiteren Unterordner. Können wir aber so lassen. Das ist nicht schlimm. Jetzt können wir noch was vorbereiten vorher. Und zwar da, wo wir dann das fertige Interface haben wollen. Und da können wir jetzt einfach hier einen neuen Ordner zum Beispiel erstellen. Ich möchte den zu meinen anderen Interfaces haben. Und ich nenne ihn einfach Invoke AI. Machen wir mal so. Das ist doch ein schöner Name. Dann haben wir den Ordner drin. Und jetzt können wir schon mal weitergehen. Wir gehen einmal in diesen leeren Ordner rein. Jetzt klicken wir hier oben auf den Pfad. Einmal so, damit wir den Pfad haben. Und den können wir uns hier einmal kopieren. Bei dem brauchen wir gleich. Wir wollen gleich dem Programm sagen, dem Installer sagen, wo wollen wir denn unsere Daten hinhaben. Jetzt gehen wir in diesen entpackten Ordner von unserem Installer rein. Und dort finden wir für Windows eine BAT-Datei. Und ganz wichtig, bevor wir den starten, das kriegen wir auch nochmal gesagt, wir müssen einmal diese Datei hier ausführen. Und diese müssen wir ja auch dann einmal bestätigen. So, und dann wird dieser Schlüssel hier einmal in der Registrierung eingetragen, damit das Ganze hier auch funktionieren kann. So, dann klicken wir auf Install BAT. Und hier sehen wir nochmal, was wir tun sollen. Ich ziehe nochmal so ein bisschen in die Mitte. Wir haben das, haben wir ja schon gemacht. Wir sollen halt Python installieren. Das ist auch gemacht. Und wir haben diese Datei gerade angeklickt, damit die Installation auch funktionieren kann. Außerdem haben wir ja Visual C++ installiert. Habe ich euch ja eben alles gezeigt. Und damit haben wir wirklich alle Vorkenntnisse einmal abgeschlossen. So, und jetzt sollen wir einfach eine beliebige Taste drücken. Ich drücke einfach einmal Enter. Und jetzt warten wir kurz, weil er bereitet den Installer vor. Und nach ein paar Sekunden oder bis zu einer Minute meistens, dann kommt dieses Bild. Ich lasse es mal so im Fenster. Ich hoffe, das ist für euch gut lesbar. Ich kann es noch ein bisschen größer ziehen. Aber naja, viel ändert es für euch da nicht. So, und jetzt können wir hier einfach Enter drücken, weil wir wollen ja diese aktuelle Version installieren. So, und jetzt fragt er uns, wo die hin soll. Und da können wir diesen Pfad löschen. Denn ich möchte ihn nicht auf C installieren, sondern wir fügen jetzt hier einmal mit Rechtsklick, müssen wir es machen. Sobald ich Rechtsklick mache, wird es eigentlich auch schon hier eingefügt, den Pfad ein, den ich eben rauskopiert habe. Da wird es dann installiert. Den habt ihr auch in der Zwischenablage gerade gehabt, wenn ihr meine Schritte befolgt habt. Und jetzt könnt ihr einfach Enter drücken. Wir werden nochmal gefragt, ob dieser Pfad wirklich richtig ist, weil der existiert bereits. Ja, wir haben ja auch angelegt. Aber ja, das heißt, wir müssen Y einmal eingeben für Yes und dann nochmal Enter drücken. Als nächstes fragt er uns, welche Grafikweite wir nutzen wollen oder ob wir die GPU nutzen wollen oder die CPU. In unserem Fall möchten wir die NVIDIA GPU nutzen. Also wählen wir hier einmal die 1. Wir wählen die hier unten einmal aus. Dann tippen wir einfach die 1 rein und drücken Enter. So, und dann fängt er an zu installieren. Das kann eine ganze Weile dauern. Das können ein paar Gigabytes sein, die der jetzt runterlädt. Das macht er voll automatisch, je nachdem, wie schnell euer Rechner und eure Internetverbindung ist, kann das wirklich auch mal 10 Minuten dauern. Einfach warten, bis es durchgerödelt ist, sozusagen. Das Ganze muss ich jetzt auch mal machen. Ich blende mich dafür einmal aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, nach einer Weile, ich glaube, bei mir waren es weniger als 10 Minuten, ist er fertig. Keine Sorge, ab und zu hakt er mal, weil man denkt, es passiert nichts. Aber es passiert noch was. Erst wenn Installation Successful drinsteht und die Links zu GitHub etc., erst dann ist es auch fertig. Und hier steht dann, drücken Sie eine beliebige Taste, können wir das machen. Dann machen wir das Ganze auch zu. So, was hat er jetzt gemacht? Er hat ganz viele Dateien sozusagen runtergeladen. Und wenn wir jetzt einmal hier in unseren Ordner, den wir vorhin erstellt haben, reingucken, dann haben wir jetzt hier ein paar Sachen drin, wie zum Beispiel auch die InvokeBet. Nur das ist die Datei, die wir jetzt ausführen können, um das Interface zu starten. So, und wenn wir das machen, passiert das hier. Und hier können wir in der Regel eigentlich immer die 1 auswählen, weil wir wollen ja unser Interface starten. Können wir dann bestätigen mit einmal Enter und dann lädt er die ganzen Sachen und wir kommen dann gleich in das Interface rein. Das geht ja nicht vollautomatisch. Wir müssen gleich dann den Link reinkopieren, sobald er geladen ist. Ganz wichtig noch vorweg, wenn ihr das Ganze updaten wollt, könnt ihr es genauso machen. Wir können einfach den bestehenden Ordner angeben. Dann werden die Dateien geupdatet, dauert aber genauso lang. Also hier habe ich gerade noch kein Auto-Update gefunden. Sobald es hier fertig geladen ist, habt ihr unten einen Link. Der bleibt auch immer gleich. Das ist jetzt die IP sozusagen, auf dem das Interface läuft. Jetzt müssen wir einmal die kopieren. Dann können wir einfach hier so markieren. Dann STRG und C einmal drücken, um das rein zu kopieren. Das Fenster, ganz wichtig, wie bei allen Interfaces auch, muss anbleiben. Wenn wir das zumachen, machen wir sozusagen das Programm zu und dann geht gar nichts. Jetzt müssen wir hier einfach in unseren Browser der Wahlen, in den neuen Tab, einfach genau diesen Link eingeben. Und dann lädt sich das Interface. Sobald ihr dieses Fenster seht, hat eigentlich alles geklappt. Die Installation hat geklappt. Wir müssen uns jetzt auch noch ein bisschen weiter vorbereiten auf weitere Datasets und Modellen. Das machen wir jetzt aber im nächsten Step, wo wir dann die ersten Schritte mit in Vogue machen. Kommen wir zu den ersten Schritten mit in Vogue. Denn ihr seht schon, es ist noch alles blank. Und hier unten steht auch No Models Installed. Wir müssen uns um ein paar Sachen kümmern. Und das ist hier relativ einfach und eigentlich auch ganz gut gelöst. Wir können erstmal, ihr seht schon, ich habe es nämlich auf Deutsch gestellt. Ob ihr es machen wollt, ist euch überlassen. Wir können hier links unten, haben wir so ein Zahnrad. Da können wir auf Einstellungen gehen. Und hier haben wir ein paar Sachen, die wir einstellen können, aber nicht müssen. Unter anderem auch die Sprachauswahl. Ihr seht ja schon, es sind ein paar Sprachen dabei. Ob ihr es machen wollt, überlasse ich euch. Oder ob ihr auf Englisch das Ganze lässt. Und eigentlich müsst ihr sonst hier nichts einstellen. Es kann mal sein, dass man Zwischenbilder löschen will. Falls ein bisschen was langsamer funktioniert. Diese Erfahrung habe ich letztens mal gemacht. Sollte man auch ab und zu mal machen, damit die Platte natürlich nicht irgendwann vollläuft. So, ansonsten können wir die Einstellung zumachen. Und jetzt haben wir hier links oben verschiedene Reiter sozusagen, also verschiedene Bereiche. Einmal wäre das die Generierung, wo wir Bilder generieren können. Dann haben wir hier unser Canvas, was eigentlich das Hauptfeature von Invoke ist. Da werden wir uns immer sehr viel dann mit beschäftigen. Dann haben wir hier noch Workflows. Das erinnert so ein bisschen an ConfiUI, also mit so Nodes. Bisschen komplizierter. Kann man natürlich auch mal reinschauen. Arbeite ich persönlich eigentlich nicht mit. Und jetzt kommt das Wichtige, wo wir einmal rein müssen. Der sogenannte Model Ordner. Denn hier sehen wir schon, das Interface bietet ein paar Models, die wir uns installieren können. Wir haben hier zum Beispiel hier das Juggernaut-Modell, was wir denke ich mal kennen, wenn wir so ein bisschen im Bereich tätig sind. Hier steht auch immer ganz klar dran, ob es Stable Diffusion 1.x ist. In der Regel steht das x hier für die 5, weil Dream Shaper 8 wäre so 1. Das könnten wir jetzt hier einfach mit einem Plus hinzufügen und runterladen, wenn ihr nämlich noch komplett nichts drauf habt. Und dann könnt ihr das testen. Ich würde empfehlen, wenn ihr 1.5 verwenden wollt, was nicht so viel Leistung frisst. Dream Shaper 8 ist ganz cool. Für In-Painting gibt es dann nochmal ein separates Modell. Wollte man dann auch runterladen, wenn man sich mit In-Painting beschäftigt. XL kann In-Painting meistens schon von Haus aus ganz gut. Da braucht man nicht ein separates Modell. Und hier könnte man zum Beispiel Juggernaut einmal nutzen. Oder auch noch das eine oder andere. Hier sind ein paar drin. Ist am Anfang jetzt so ein bisschen zu viel. Man kann es aber auch auf zwei andere Weisen machen. Wir können auch eine URL machen, wo wir das dann runterladen können. Wir können das von Hugging Face runterladen. Und wir können auch einen Ordner scannen. Denn ich habe schon ein Interface. Ihr müsst es aber hier so machen, weil wir können Ordner nicht eingeben. Wenn wir hier schon ein anderes Interface drauf haben. Ich habe zum Beispiel mal hier Automatic 1111 bei mir. Dann sind da die Modelle hier unter Models drin. Wie gesagt, das gilt jetzt nur, wenn ihr schon ein bestehendes Interface habt. Bei mir sind die dann nämlich einmal hier überall drin. Das heißt, ich gebe den Gesamtordner hier an. Oder ich gebe zum Beispiel den Stable Diffusion Ordner. Hier sind meine ganzen Modelle. Dann würde ich hier oben einfach diesen Pfad rein kopieren. Machen wir einfach mal mit STRG und C. Dann habe ich den hier rauskopiert. Jetzt kopieren wir den hier rein. Und jetzt können wir diesen Folder, also diesen Ordner einmal scannen. Hier ist es interessanterweise noch Englisch. Und jetzt hat er hier mir alles sozusagen einmal detektet. Und ja, das können wir jetzt einmal alles installieren, wenn wir wollen. Das würde dann hier so funktionieren, indem wir einfach auf Install All klicken. Und das dauert jetzt eine Weile. Und jetzt wird das Ganze verknüpfen. Also das heißt, die Modelle bleiben da, wo sie sind. Aber er liest sich das ein. Moment, das können wir mal hier wegmachen. Es gibt natürlich einen Fehler, wenn er nichts damit anfangen kann. Also er kennt automatisch aus, was es ist und ob er es gebrauchen kann. Und das kann eine ganze Weile dauern. Ich lasse es mal eben machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn ihr einige Modelle habt, so wie ich, dann dauert das Einlesen eine ganze Weile. Ab und zu steht auch Fehler drin, seid nicht beunruhigt. Bei mir sind zum Beispiel hier IP Adapter. Das ist keine Checkpoint an sich. Die hat einen anderen Grund, dass die da drin ist. Und die wird natürlich dann nicht mit eingelesen, weil das sich dabei nicht um eine Checkpoint handelt. Und ansonsten wird nämlich erkannt, auch welche Version das ist. Also ob Stable Diffusion XL ist und ob es eine Checkpoint ist oder ob es vielleicht eine LoRa-Datei ist oder irgendwas anderes. Und was ist das überhaupt? Weil ich vergessen teilweise, weil ich ja schon so oft hier mache, dass natürlich auch einige Neuanfänger dabei sind. Die sogenannten Checkpoints sind die Datasets, wo die ganzen Bilder drin sind, in Anführungszeichen. Die sind nicht wirklich drin, aber die sind drauf trainiert auf verschiedene Bilder. Es können halt realistische Bilder sein. Es könnten halt wirklich so Comic- oder Anime-Sachen sein. Und da sind mal ganz verschiedene Inhalte drin und davon gibt es auch unheimlich viele, die auch alle kostenlos sind. Wo bekommt man sowas her? Wir können hier auf der Seite Civit.ai, habe ich auch unter der Videobeschreibung einmal verlinkt, da könnt ihr dann verschiedene Sachen runterladen. Ich habe hier so einen Filter drin, damit wir keinen erwachsenen Content hier sehen. Ansonsten ist hier der Filter hier oben, da kann man einstellen, dass wir jetzt noch die Checkpoints sehen wollen. Für dieses Video reicht erstmal diese Information. Die anderen Sachen, da werdet ihr ja später noch dazu lernen, was das alles ist und wofür man es brauchen kann. Und hier können wir dann die Version auswählen. In der Regel eigentlich nur Stability Fusion 1.5 oder Stability Fusion XL 1.0. Ja, die lohnen sich. Die anderen Sachen sind so ein bisschen spezieller, könnt ihr euch dann später noch mit beschäftigen. Habe ich hier mal so angezeigt und ihr seht schon, hier sind ein paar tolle dabei. Wie kriegen wir die dann hinterher rein? Natürlich können wir die irgendwo runterladen, reinpacken und so wie ich es eben gezeigt habe, verlinken. Wir können aber zum Beispiel auch sagen, ich gucke mir mal hier die ja an. Habe ich glaube ich hier schon oben aufgemacht, genau. Denn das ist zwar eine 1.5, steht hier da unten geschrieben. Da kann es ein bisschen Probleme geben mit Inpainting, wenn wir dann kein Inpainting-Modell haben. Hier hätten wir oben aber auch ein paar Modelle, die für Inpainting gedacht sind. Da könnte man dann das entsprechende runterladen. Aber wie gesagt, dazu dann hinterher mehr. Wenn ich das aber runterladen möchte, dann können wir hier, wo der Download steht, mit rechts draufklicken und den Link oder besser gesagt die Adresse des Links einmal kopieren. Weil wir wollen das hier nicht einmal direkt runterladen. Wir wollen das nämlich zum Beispiel mit InVoke runterladen. Und das können wir hier oben mit URL oder Local Path machen. Da geben wir einfach die URL ein. Dann können wir hier einfach einfügen. Das ist jetzt hier von Zivit AI der Download. Und dann klicken wir einfach auf Install. So und dann ist das halt hier einmal hinzugefügt worden, das Modell. Und das lädt er jetzt hier runter. Und dann taucht das gleich auch da auf. Ich warte noch eben ab, bis es fertig runtergeladen ist. Die Modelle sind in der Regel, je nachdem, ob es eine Stable Diffusion 1.5 Version ist, da sind die in der Regel kleiner. Wenn es eine Stable Diffusion XL Version ist, dann sind die meistens so um die 7 GB groß. Das heißt, ihr braucht auch ein bisschen Platz auf der Platte. Und keine Sorge, wenn beim Download hier so paar Zahlen sind, das ist natürlich nur der Ordner sozusagen. Die Datei eingelesen findet ihr dann natürlich auch hier links einmal wieder. Wie gesagt, ich habe ein paar Dinger. Die könnt ihr auch hier wieder rausnehmen, wenn ihr zum Beispiel damit nicht so begeistert seid. Aber wie am Anfang schon gesagt, wenn ihr ganz frisch seid, könnt ihr auch auf den Starter Modells einmal hier draufklicken. Und dann könnt ihr jetzt zum Beispiel einfach bei Dream Shaper für Inpainting auch das installieren. Oder Dream Shaper 8. Genauso wie Juggernaut XL Version 9 kann ich auch empfehlen. Und für den anderen Kram, damit könnt ihr euch dann später mal beschäftigen. Das sind zum Beispiel auch wieder ein paar andere Methoden, die wir dann in separaten Guides noch einmal uns anschauen werden. Wenn wir dann ein oder mehrere Modelle hier eingelesen haben und installiert haben, können wir dann in unsere Generierungsseite einmal wechseln. Und die ist relativ eigentlich einfach aufgebaut. Hier oben haben wir dann unsere Promptzeile für einen positiven und für einen negativen Prompt. Ich erkläre es ja auch ein bisschen nochmal ausführlicher für die, die sich dann gar nicht damit beschäftigt haben. Hier oben nehme ich dann zum Beispiel meinen Prompt ein, was ich haben möchte. Wir machen was ganz Einfaches. A Giant Mac in a Big Destroyed City. Und dann mache ich ein Komma und mache noch ein paar andere Sachen, die man noch viel deutlicher ausschmücken kann. Ich lasse es aber mal relativ einfach. Einfach Comic-Style, Explosions und Masterpiece. Das sind sozusagen so Styles, die man eingeben kann, damit die Qualität besser ist. Weiteres Prompting könnt ihr euch in anderen Videos auf jeden Fall von mir mal anschauen. Da habe ich es dann ein bisschen besser noch erläutert. Beim negativen Prompt, den kann man auch freilassen. Da handelt es sich da um Sachen, die man nicht sehen möchte. Wenn wir zum Beispiel jetzt irgendwelche Menschen oder irgendwelche anderen Sachen auf dem Bild sehen, das dann generiert wird, dann kann man genau das reinschreiben, um es nicht zu bekommen. Also in dem Fall vielleicht Humans oder People oder eben auch unschöne Dinge schreibt man da gerne rein. Also wenn man zum Beispiel Probleme hat mit Gliedmaßen, dann kann man das auch reinschreiben. Ist ein bisschen komplexeres Thema, aber das wollte ich nochmal ganz kurz hier so einmal kurz anreden, sozusagen einmal ansprechen. Ja, mein Gott, mein Wortschatz ist ja heute wieder richtig 1a. Gucken wir mal weiter auf weiteren Einstellungen, die wir am Anfang brauchen. Wir können hier verschiedene Seitenverhältnisse wählen. Wir können natürlich sagen, 16 zu 9 wollen wir haben. Wir können auch hier auf optimierte Größe für das Modell klicken. Aber in der Regel kann man sagen, wir fangen auf jeden Fall bei Stable Diffusion XL Modellen, fangen wir in der Regel, ich stelle es mal hier eben auf 1 zu 1 um, auf 1024 zu 1024 ein. Da fangen wir an und auf 16 zu 9 können wir es dann hochstellen. Dann haben wir meistens eine Auflösung von 1368 zu 768. Es gibt noch ein paar optimiertere Sachen, aber damit kann man sich dann in der Zukunft beschäftigen. Wenn wir hier auf erweiterte Optionen klicken, da haben wir auch die sogenannte Seed. Die ist in dem Fall einfach random, kann man auch fix machen, dass man immer das gleiche Bild generiert, wenn wir da noch ein paar Feinheiten machen wollen, indem wir ein paar Prompts umstellen. Wie gesagt, ist auch was für das erweiterte Bedienen. Dann haben wir hier eine wichtige Einstellung und zwar hier ein Modell können wir ja auswählen. Ich nehme mal Albedo Base, könnt ihr auch bei Savit.ai einmal suchen. Ist ein XL Modell, was eigentlich ziemlich gut funktioniert. Und hier unten haben wir einen Planer oder einen Scheduler oder einen Sampler. Und da kann man was einstellen. Ich empfehle für Stable Diffusion XL DPM++ 2MSDE Keras. Könnt ihr aber auch mit rumspielen, macht für unterschiedliche Ergebnisse. Hoppala, zuklappen wollte ich es nicht. Genau, das nehme ich auch unter den erweiterten Optionen, die bei mir lustigerweise schon aufgeklappt waren. Und das sind die Schritte, die er sozusagen macht, bis das fertige Bild generiert. Umso mehr Schritte, umso mehr Details komme ich mal rein. Kann das Bild aber auch kaputt machen. Bei dem Sampler hier sollte man, ich sage mal so, ab 25 oder ab 30 starten und kann auch ein bisschen höher gehen. Ich habe jetzt mal für den Fall 40 gemacht. Dementsprechend dauert es auch länger, das Bild zu generieren. Der CFG Scale, den wir hier eingeben können, ist halt, wie weit er sich an Prompt orientiert. Oder wie, ich sage mal, wie mehr Fantasie die KI oder der Algorithmus reinbringen kann. Kleinerer Wert, mehr Freiheit für die KI. Größerer Wert, mehr auf den Prompt. Ja, da kann man eigentlich auch einen Wert von 5 oder 6 eingeben. Wenn ihr einen komplexeren Prompt habt, dann macht es Sinn, den Wert ein bisschen höher zu drehen, wenn ihr merkt, ihr bekommt nicht eure Ergebnisse. So, jetzt kommt noch ein ganz kleiner Punkt, den wir vielleicht noch erweitern können. Und zwar, hier unter Erweitert können wir eine VAE auswählen. Standardgemäß wird, glaube ich, das Original genommen und das kann ein paar Probleme verursachen. Hier können wir dann nochmal auf Models gehen und nochmal oben auf Starter Models. Und wenn wir ein ganz kleines Stück runterscrollen, dann finden wir hier, na, wo war es? Eine VAE-Datei hier, steht auch hier vor VAE als Tag. Und das ist ein VAE-Fix, der eigentlich ganz gut für Stable Fusion XL Modelle funktioniert. Den könnt ihr einmal hier noch runterladen, denn den können wir dann gleich einmal verwenden. Geht auch relativ schnell. Ich habe den zwar auch auf einem anderen Ordner, aber irgendwie hatte den, glaube ich, da nicht gefunden. Und wenn wir den installiert haben, können wir wieder zurück wechseln. Und dann können wir nämlich hier unten auch die VAE umstellen auf unsere, die wir gerade runtergeladen haben, weil, glaubt mir, die funktioniert ein bisschen besser. Genauso wie wir die Präzision dann auf FP16 stellen können. So, und wenn wir das alles eingestellt haben, dann können wir einfach mal starten. Und wir klicken hier einmal oben auf Invoke. Jetzt dauert es einen Moment. Wie gesagt, wichtig ist natürlich, dass das offen bleibt. In der Regel kommt dann gleich ein Text, sobald ihr anfängt. Das Starten ist in Invoke. Bei mir zumindest manchmal so, dass es eine ganze Weile dauert, bis hier was passiert. Und das liegt manchmal damit zusammen, dass natürlich das Modell, was mehrere Gigabyte groß ist, noch in den Speicher geladen werden muss und vorbereitet werden muss. Nur uns sagt das Interface gerade nicht, dass das passiert. Keine Sorge, solange sich hier was bewegt, ist nichts abgeschmiert und ihr solltet gleich dann einen Prozess sehen. Und den sehen wir auch hier. Denn Invoke macht es so, dass wir wirklich das Rauschen sehen. Das sind nämlich die Pixel, die die KI als Ursprung hat. Und das Bild wird jetzt sozusagen entrauscht. Also die KI wird jetzt versuchen, den Prompt so einzusetzen, dass daraus das entsteht, was wir da beschrieben haben. Das ist normal, dass es kurz ausgesetzt wird. Wir sehen, wir wollten ja auch Comic-Style haben. Wir haben hier so ein Mac bekommen. Wir können natürlich auch hier oben auf mehrere Bilder stellen. Ich mache mal drei Stück. Dann braucht der, guck mal, jetzt geht es nämlich schneller, weil jetzt hat das Modell den Speicher geladen. Das heißt, jetzt kann er direkt darauf zugreifen. Und das finde ich auch ganz cool, halt diese Einzelbilder-Vorschau, die wir hier haben. Kann man, glaube ich, auch in der Einstellung abstellen. Aber ich finde es ganz ansehnlich. Weil ihr könnt halt so sehen, aus diesem Rauschen werden halt die Sachen generiert. In dem Fall haben wir ja zwei. Das hängt damit zusammen, dass ihr jedes Mal dieses erste Rauschen, dass es anders aufgebaut ist, die Pixel. Und er hat dementsprechend immer ein paar andere Bilder sozusagen generiert vom Content her. Und ihr seht schon, rechts werden die Bilder dann auch aufgereiht. Das heißt, die werden auch gespeichert hier. Kann man hier auch noch in Kategorien reinballern. Auch das ist ja bei InVogue recht einzigartig. Was wir nicht machen können, die Bilder noch höher auflösen. Zumindest habe ich da keine gute Option gefunden. Wobei wir auch hier von Bild zu Bild gehen können. Eventuell kann man da auch noch ein paar Techniken anwenden. Aber dafür ist das Interface nicht optimiert, dass man es dafür nutzt. Den eigentlichen Nutzen, den zeige ich euch gleich, sobald wir hier einmal durch sind. Denn hier können wir, wie gesagt, auch die anderen Bilder auswählen, die wir hier drin haben. Und dann schauen wir mal, was gefällt mir denn einigermaßen gut. Ich würde mal sagen, das ist ganz okay. Und jetzt können wir hier einen Rechtsklick auf das Bild machen. Und wir können es jetzt hier an die Leinwand senden. So, und jetzt sind wir nämlich hier auch in dem zweiten Reiter drin. Wir können eigentlich jederzeit hier hin und her wechseln. Und jetzt haben wir hier ein Bild drin. Jetzt kommt das Besondere, was InVogue speziell macht. Zum einen möchte ich mal gucken, ob die Einstellungen übernommen wurden. Aber in der Regel sollte das der Fall sein. Genau die Einstellung, die wir auch eben genutzt haben. So, an der Stelle muss ich mal einen kleinen Cut machen, weil mein Rechner ist abgestört. Ich habe immer noch PC-Probleme, ganz komische Crashes. Nicht unter Last, aber gerade bei sowas, ja, so AI-Art. Auch wenn gerade nichts passiert, wenn nichts neu gereinert wird, da macht mein PC Dinge. Jetzt bin ich gerade ein bisschen raus natürlich. Wir sind natürlich stehen geblieben. Einmal hier bei unserem Canvas. Aber eine Sache habe ich schon auch fast vergessen. Wir können nämlich auch, und ihr seht ja auch gerade die Bilder, die wir eben gemacht haben, habe ich immer noch, trotz meinen PC-Crashes. Denn die Sachen werden sozusagen gespeichert. Also auch wenn ihr das Programm hinterher zu macht, dann könnt ihr, macht ihr übrigens, indem ihr natürlich das hier dann hinterher beendet. Dann ist es sozusagen beendet, das ganze Programm. Trotzdem werden die ganzen Sachen auch geladen. Die sind natürlich auch verfügbar in dem Ordner hier unter, das ist unser Invoke AI-Ordner unter Outputs. Da haben wir dann die verschiedenen Images hinterher. Da wird dann natürlich auch alles festgehalten. So, eine kleine Sache. Wenn wir natürlich verschiedene Bilder haben, dann können wir auch hinterher hier oben durch diese Marken Sachen, zum Beispiel wie ein Remix erstellen. Dass wir halt den Prompt und die Parameter sozusagen von dem Bild nochmal hier reinladen und dann damit weiterarbeiten können. Oder dass wir die Seed verwenden können, die Maße übernehmen, etc. So, aber das nur so dazu. Was können wir denn jetzt hiermit machen? Wir können zum Beispiel hier oben, haben wir so verschiedene Tools. Wichtig ist, dass wir die Auflösung, die wird aber erstmal übernommen. Das ist immer dieser Rahmen. Das ist nämlich unser Arbeitsbereich, wo gerendert wird. Der ist jetzt in dem Fall gerade so groß wie das ganze Bild, was auch richtig ist. Jetzt können wir hier oben einen Pinsel auswählen. Da sehen wir schon, da haben wir einen richtig großen Klecks. Und hier oben haben wir Pinseleinstellungen und ein paar andere Funktionen, auch wie einen Radierer. Bei Pinseloptionen können wir zum Beispiel mal so einen Türkis einstellen, einfach mal zum Testen. Und auch die Größe können wir vom Pinsel verkleinern. Die können wir übrigens auch mit Steuerung und dem Mausrad können wir die Größe halt vergrößern oder verkleinern. Jetzt machen wir mal mit dem Pinsel einfach mal hier mit so Türkis so ein paar Dinger hier drauf, ohne sonst noch so viel zu verändern. Machen wir mal überall hier so ein paar Flecken. So, und jetzt müssen wir einmal schauen, dass wir hier oben eine Entrauschung haben. Weil hier wir haben einen Entrauschungswert. Das ist halt, wie viel geändert wird. Da müssen wir ein bisschen rumspielen in der Regel. Ein bisschen runterdrehen, so 0,5 etc. So, und dann gucke ich mal, ob die Parameter noch alle stimmen. Das können wir erstmal so lassen für die ersten Tests. Wie gesagt, ich kann auch nochmal ein paar Videos machen mit komplexeren Tests. Jetzt klicken wir wieder hier oben auf Invoke. Ich habe eine 3 drin stehen lassen, ist aber nicht so schlimm, weil jetzt gibt er uns sozusagen 3 Versuche. Das dauert natürlich wieder am Anfang einen Moment, aber er kennt eigentlich alles automatisch, was er machen möchte. Er möchte jetzt ein Bild zu Bild bearbeiten. Das heißt, er nimmt das alte Bild, was wir hatten und wird nochmal drüber generieren. Ach, startet aber sehr schnell. Wunderbar, dann kann ich euch vielleicht mal so ein bisschen zeigen, was jetzt passiert. Weil er erkennt die Kleckse, die wir gemacht haben. Und die arbeitet er jetzt sozusagen in den Mac einmal rein. Hier haben wir schon mal ein Zwischenbild gerade gesehen. Ich lasse noch eben zu Ende generieren. Ihr seht schon, es geht halt doch relativ schnell. Ich habe eine 3080 verbaut. Es kann sein, dass wir verschiedene Effekte bekommen oder auch die gleichen. Da müssen wir mal gucken. Und da fängt halt hier gerade der Spaß nämlich an. Ich empfehle keine fotogradistischen Sachen. Damit habe ich jetzt noch nicht so viele Experimente gemacht. Generell für so gezeichnete Sachen wie so ein Comic-Style. Da können wir dann ganz coole Ergebnisse erzielen. Und wir können jetzt hier unten die drei Bilder, die wir gemacht haben. Damit ich es nicht vergesse, stelle ich es mal oben wieder auf 1, dass wir gleich noch ein Bild generieren. Da können wir die verschiedenen Ergebnisse einmal durchscrollen. Wir sehen schon, der Mac wurde immer so ein bisschen verändert, hat aber dann auch dementsprechend unseren Inhalt bekommen. Hat also da jetzt so blaue Markierungen bekommen. Entweder nur so leuchtende Orbs sozusagen oder hier oben nur so zwei leuchtende Orbs. Und wir können uns jetzt aussuchen, was wir haben möchten. Ich finde das ganz gut. Wenn wir uns dann dafür entscheiden, können wir dann hier auf Akzeptieren klicken. Und das wird dann angewandt. Und wie wir jetzt sehen, haben wir jetzt wieder das an den Ärmchen. Und auch hier muss die wieder einen kleinen Cut leider machen, weil man PC nicht mehr durchgehalten hat. Wie gesagt, der hat irgendwelche Probleme. Nicht in Volllast, aber genau bei solchen Sachen. Wir müssen aber langsam zum Ende, glaube ich, kommen. Ich versuche euch nochmal zwei, drei Dinge hier noch mitzugeben. Und dann müssen wir auf weitere Videos dann eben ausweichen. Wir können jetzt hier, nachdem wir es auch einmal hinzugefügt haben, weitere Änderungen vornehmen. Also auch hier können wir die Beine zum Beispiel anmalen. Und ihr habt ja gesehen, eben haben sich ein paar oben ein paar Sachen noch verändert. Wir könnten dem Ganzen vorbeugen. Ich gehe ja nochmal auf zurück. Und wir können auch Sachen rückgängig machen, indem wir maskieren. Maskieren geht ganz einfach, indem wir hier oben, wo Basis steht, auf Maske klicken. Und dann können wir mit unserem Pinsel aber nur eine Maske erstellen. Das heißt, wir können zum Beispiel mal hier so die Beinpartie nehmen. Und dann malen wir mal so hier rüber. So, das ist so leicht schraffiert. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Dann gehen wir wieder auf die normale Basis. Und dann machen wir wieder einen kleineren Pinsel und malen nur auf die Beine hier rum. Ich mache nochmal oben so kleinen Klecks drauf, nur für den Effekt. Das Ganze generieren wir jetzt einmal. Und da kann man schon erkennen, er generiert halt nur den Bereich, den wir maskiert haben. Also das erkennt er dann. Und der Rest bleibt dann unverändert. Und somit kann man dann auch gewisse Teile eben verändern. Wir sehen, die Beine haben sich hier oben verändert. Und haben jetzt auch hier so was Blaues drauf bekommen. Müssen wir dann auch wieder anwenden. Wir können das auch zum Beispiel ausblenden. So sah es vorher aus. Und so sieht es jetzt aus. Und somit kann man dann am Bild immer weiter rum manipulieren. Ich habe das mal einmal so hinzugefügt. Wenn wir die Maske auflösen wollen, dann können wir auch einfach hier auf Maskierungsoptionen, da können wir auch die Farbe der Maske auswählen, die Maske löschen, einmal draufklicken. Und jetzt können wir zum Beispiel auch so weit gehen, ein bisschen raus scrollen. Ich werde mal hier unseren Generierungsbereich auf 1 zu 1 stellen. Auf 1024, 1024. Dann haben wir hier und wir gehen mal oben auf dieses Bewegen. Können wir auch natürlich mit Hotkeys, mit V oder so arbeiten. Und jetzt können wir zum Beispiel hier diese Box verändern. Zum Beispiel, wir gehen in die Richtung. Manchmal so. Es muss dafür so ein bisschen Bildinhalten noch drin sein. Wir können auch dieses Fenster natürlich ein bisschen umziehen. Wir können es auch ein bisschen kleiner machen. Da sehen wir, die Auflösung passt sich hier an. Es empfiehlt sich, quadratisch zu bleiben, weil dann kann die KI besser arbeiten. Und jetzt können wir auch in der Größe arbeiten. Die Hälfte des Bildinhalts drin zu lassen, ist eigentlich nicht verkehrt. Jetzt müssen wir aber nur was rausnehmen, weil wir wollen nicht noch ein Mac haben, sondern wir wollen nur Big Destroyed City haben. Denn wir werden das Bild jetzt nach rechts erweitern. Hierzu sind auch noch ein paar weitere Optionen, wie zum Beispiel hier diese Sachen hier relevant. Also auch hier kann man rumspielen, dass man diese Grenze nicht so gut sieht. Und wir sollten die Entrauschung auch jetzt nicht zu klein oder zu groß machen. Also so ein Fünferwert fand ich immer gut. Zu groß kann sein, dass man hier den Übergang zu stark sieht. Ich lasse mal auf 0,6 stehen und wir generieren einfach mal. Und da sehen wir schon, er nimmt dann nur rechts den Bereich und generiert was dazu. Wir sehen hier so eine Übergrenze und da entstehen dann eben Dinge. In dem Fall nochmal brennende Gebäude. Und ich zoome mal ein bisschen rein. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Also wir haben jetzt nicht so einen direkten Anfang. Wenn uns das nicht gefällt, können wir natürlich doch mal versuchen. Dann können wir hier Sachen auswählen. Wir sehen, es hat sich aber wunderbar dran generiert. Wir können natürlich auch Explosions rausnehmen, damit wir vielleicht nicht sowas erzeugen. Also damit kann man rumspielen. Wenn uns das gefällt, können wir natürlich auch akzeptieren gehen. Und so können wir natürlich auch zur anderen Seite nach oben, nach unten in verschiedenen Richtungen ausmalen. Oder wir können auch noch weitere Bilder hier hinzufügen und aufeinander generieren. Zum Beispiel hier noch einen anderen Mac, der dann da steht zum Beispiel. Jetzt nochmal hier drauf angewandt. Und wenn wir das Bild dann halt hinterher haben wollen hier, dann können wir hier einfach auf Bild runterladen klicken. Und dann wird das runtergeladen und wir können es dann separat einmal abspeichern. Aber ich glaube, wir können es uns sogar hier in der Galerie einmal abspeichern. Dann kommt das sogar hier oben rein. Ich weiß gar nicht, ob das neu ist. Das habe ich vorher nicht gesehen. Dann haben wir es nämlich hier einmal drin, dass wir es dann halt in unserer Sammlung haben. So, die Optionen sind dann noch viel zahlreicher. Also mit dem Wummalen, das war so eine Sache. Wir können natürlich auch sagen, dass wir in anderen Farben so eine Art Arme malen. Dass die KI sich vielleicht darin, ich sage mal, orientiert und den Arm dann dran generiert. Oder andere Augen, dass man da ein bisschen ummalt. Also das ist auf jeden Fall das Hauptfeature. Auch der Entwickler betreibt natürlich einen YouTube-Kanal und da macht er auch mal so eine Stunde, ich sage mal, so live generieren. So ein paar Design-Sachen. Wenn ihr Interesse daran habt, ich gucke mal natürlich, wie viele sich dafür interessieren. Generell für InVoog, dann werde ich natürlich auch noch das ein oder andere Video machen, wo man hier so ein bisschen bearbeitet. Natürlich alle anderen Sachen, so neue Checkpoints und so weiter, werde ich aber mit anderen Interfaces benutzen. Weil, wie gesagt, hier geht es vor allem so um das Designen, dass man dann gewisse Checkpoints nimmt, die sich dafür gut eignen. Ich denke mal, XL könnte ein bisschen besser funktionieren als Stable Fusion 1.5. Das sind halt extra In-Painting-Checkpoints. Hiermit kommen wir aber zum Ende. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Wie gesagt, es soll euch nur einen kleinen Punkt geben. Und vor allem solltet ihr mit diesen Videos schaffen, das Interface zu installieren. Wie gesagt, ist an sich nicht schwierig. Und ich versuche, meine PC-Probleme weiterhin in den Griff zu bekommen, damit wir natürlich auch weiterhin hier ein paar KI-Videos machen. Ansonsten wird es für mich ein bisschen schwierig. Wie gesagt, genau bei diesen Sachen habe ich gerade ab und zu immer mal Probleme, dass mein PC komplett crasht. Aber ich bin an der Sache dran. Habe jetzt nochmal die Treiber komplett untergeschmissen, die Grafikkartentreiber und neu installiert. Ich hoffe, ich habe da wirklich keine Macke. Aber normalerweise so zocken und so weiter kann ich. Also Spiele spielen bei Volllast bei den Sachen. Da passiert das nicht nur bei gewissen Desktop-Anwendungen, was ein bisschen eigenartig ist. Gut, kriege ich schon irgendwie hin. Euch nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.